Die beiden in der Kombi, das ist schon gut, ehrlich. Okay, so, warte mal. Ja, blödvergießen enden. Jetzt wisst ihr es. Ach, das habt ihr nicht gesehen. Das fällt unter Happy Little Accident. Und ich hoffe, es ist hier keine Wache. Oh, aber es ist leer. Ach, langweilig. Oh, der ist nicht leer. So. Wollt ihr die da hinstellen? Warte mal, ich habe doch meine Dame da drüben. Können wir auch herholen. Michael, mach es dir schön gemütlich, Dirk. Mach es dir schön gemütlich. Wir sind gerade am rumtesten, beim Housing. Wie man ein paar Leute da einsetzen kann. Wo ist meine Dame? Da ist sie. Die nehmen wir mit. Komm mal mit. Wir müssen dich mal ganz kurz umpositionieren. Wenn unter den Rackzeichen... Ich möchte nicht schauen, was da ist. Nein! Nein! Okay, aber wir können jetzt Dikorwachs mitnehmen. Wir haben Dikorwachs gefunden. Das war ein kleiner Unfall, der passiert ist. Es sind 92 Gold, das geht noch. Alles im grünen Rahmen, ne? Also es ist noch nichts Schlimmes. Wir müssen weiter machen. So, also wie gesagt, schön gemütlich machen. Hier ist neben Zocken, also für alle, die das hier noch nicht kennen, wir zocken und zeichnen. Und momentan ist eh so, ganz oben bei mir, bei der Zockliste. Ich spiele auch eigentlich WoW, aber momentan habe ich viel mehr Spaß damit. Dafür werde ich so! Ja, 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 ja. Und, äh... Wir machen gerne Unsinn. Sehr viel Unsinn. Und sonst, wie gesagt, gibt es ja auch zeichnerisch einiges zu sehen. Also, da kommen wir... Nein! Oh. Warte mal. Was ist passiert? Warum? Ich habe irgendwas kaputt gemacht, glaube ich. Es ging mal schief. Äh. Äh. Moment. Ich wollte nur raus. Letztes Mal war es auch schon ziemlich lange, bis da neue kam. Finde ich etwas schade. Vor allem, es gibt ja auch genug Künstler, die Emotes machen. Also, es ist ja nicht so, dass da nicht genug gerade... Huuuuh. Ui, 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 ui. Was ist denn hier los? Oh, 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 warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal kurz überleben. Moment. Nein! Ja! Ich dachte, ich schaffe es noch. Ich sehe auch aus, als ob ich Ahnung hätte. Von dem, was ich tue. Das möchte ich doch mal anbergen. Ich schaue aus, als ob ich Ahnung hätte von dem, was ich tue. Und ich bin ein Champignon. So, erst mal alles looten. Und dann müssen wir jetzt das arme Zweigling verbrennen. Es tut mir leid. Verbrennen. Wir trauern einen Händler ab. Weil 138 Gold, das dauert noch immer noch lange. Oh, Holz. Das nehmen wir mit. Ich glaube, ich habe gar keinen... Ach nee, das geht gar nicht. Gar keinen. Oh, das hat reingepasst. Perfekt. Hat reingepasst. Was bist du denn da? Ach, das ist ein Händler. Fester Boden, schöne Verlierung und ein Kunde. Was könnte ein Elf noch wollen? Können wir bitte den vorigen Part davon ignorieren? Oh, nein. Und ich bin voll an dem vorbeigesand. Ich bin voll an dem vorbeigesand.